Geschätzte Fahrgäste, nächster Halt, Lenk. Die AirTouristik Suisse hat Reisebüroagenten und Filialmitarbeiter aus der ganzen Schweiz in Berner Oberland eingeladen, zu einem erstmaligen Touristikertreffen. Am Lenkerhof konnten sich am Donnerstag Airline-Hotel- und Destinationspartner präsentieren. Am Freitag folgten die News- und Produkte-Highlights von Cony Hilfetik-Tours und den Premium-Specialists. CEO Dieter Zümpel zeigte die jüngst positive Entwicklung des Unternehmens auf. Den Reisebüroprofis gefiel der Besuch offensichtlich, insbesondere das Networking mit den Exponenten und die zahlreichen Neuigkeiten. Es ist schon länger dran, dass wir gerne in der Branche noch ein Online-Buchungstool bieten möchten. Und wir sind jetzt auch schon so weit, dass man dort, egal welche Reiterei, darüber buchen kann. Und das ist eine Plattform. Japan ist total im Boom. Wir haben Wachstumsraten doppelstellig, schon seit drei Jahren. Transporte sind sehr zuverlässig und die Unterkünfte sind alle sehr schön. Es ist auch relativ teuer. Aber darum braucht es uns. Wir wissen natürlich auch alle Geheimtipps, die wir abgeben können. Und wir bieten Gruppenreisen und Individualreisen an. Ja, also gerade in den Nordamerikakatalogen ist herauszuheben, dass wir die Kleinkrumpenrundreisen im Programm haben. Gerade für Alaska, Yukon und auch für Westkanada sind das sehr schöne Möglichkeiten, die Destination individuell kennenzulernen. 2018 setzen wir sehr stark auf den Edelweiss-Nornstock-Flug nach Buenos Aires. Das bringt Patagonien ein ganzes Stück näher für den nächsten Winter. Aber auch Regionen wie der Pantanal in Brasilien oder Kolumbien sind ganz sicher die Trennziel 2018. Der Anlass ist sehr interessant, vor allem heute mit den Spezialisten, die sehr viele Informationen durchgeben. Das ist sehr gut, ja, passt. Also ich finde es ein sehr positiver Anlass. Es zeigt, dass die Touristik jetzt langsam wieder in Fahrt kommt. Und das ist eigentlich das, was wir auch überbringen wollen. Wir hatten sehr gute Partner dabei. Reisebüro, eigenen Vertrieb, Hotelpartner, Airliners. Das war ein sehr gelungener Anlass. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich glaube auch, unsere geladenen Gäste mit dem Programm, das wir gestern hatten, mit unseren Partnern. Nachdem mit dem Nachtessen in den Bergen oben. Am Schluss noch ein Schlummi vor dem Schminenfeuert hier im Lenkerhof. Und heute geben wir so eine richtige baltige Ladung durch an Produktonews. Bis leider fast unser Übersetzer nicht mehr hat mögen, aber er hatte jetzt eine Pause und jetzt geben wir noch mal den Endspurt durch. Ich glaube, jetzt kurz nach Ende des Anlasses darf man sagen, dass es ein Erfolg war. Das haben mir insbesondere unsere Gäste, unsere Vertriebspartner bestätigt. Wir haben eine Premiere hinter uns, dass wir mit dem gesamten Markenportfolio der DER Touristik Swiss hier heute präsentieren konnten. Und mein Eindruck ist, dass es bei unseren Gästen sehr gut angekommen ist. Es war fantastisch am Lenkerhof. Das Netzwerk, das man hat machen können, ist sehr nützlich. Die Informationen ebenfalls und es freut mich insbesondere, dass der Name Quoni offenbar wieder auf einem guten Weg ist in der Schweiz, sich wieder zu etablieren, so wie es eigentlich müsste sein.